Zum Seniorenschwimmen lädt der Nachbarschaftshilfeverein am Freitag wieder ab 10 Uhr in das Lausitzbad in Hoyerswerda ein. Im Jugendclub aus Osien Hoyerswerda ist am Freitag Chill-Tag. Ab 14 Uhr ist wieder die freie Saalzeit. Sie können DJs, Breaktänzer und Sänger zum Proben nutzen. Ebenfalls ab 14 Uhr steht der Internetpoint zur Verfügung. Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda geht es am Freitag ab 14 Uhr um die Themen Umwelt und Computertechnik. Zeitgleich beginnen die Proben im Kinderzirkus Varieté-Heu-Beu. Im 19 Hoyerswerda Markt lädt am Freitag ab 14 Uhr die Kreativwerkstatt ein. Es kann aber auch in der Holzwerkstatt gearbeitet werden. Beim NHV in Grünenhain an der Hufelandstraße trifft sich am Freitag die Strickgruppe. Wer mitmachen will, der sollte um 15 Uhr da sein. Fototreff ist am Freitag wieder am Fließhof in Hoyerswerda am Altstadtmarkt. Interessierte, die sich über ihr Hobby, das Fotografieren austauschen möchten, sind vom Nachbarschaftshilfeverein herzlich eingeladen. Beginn ist 15 Uhr. Ein festliches Bläserkonzert ist am Freitag in der Nikolaikirche in Pulsnitz zu erleben. Beginn 19 Uhr. In der Kufer in Hoyerswerda beginnt am Freitag um 20 Uhr das Musikertreffen Nummer 5. Es gibt Livemusik durchgehend. Jesse, Rocky, Funky, Groovy, Swingy. Wer mit seiner Band oder Solo auf die Bühne möchte oder einfach nur zuhören mag, ist auch bei dieser Auflage herzlich willkommen. Musikalische Gäste sind diesmal unter anderem Anka Gnot, Pokal und Gitarre, sowie Georgie Donchef, Bass und Percussion. Musikalische Gäste sind diesmal unter anderem Anka Gnot.